Hey, hey, what's up und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Medibox Tutorials Kanal. In diesem Video geht es darum, dass ich dir zeige, wie du mit 5 kleinen Tricks viel professionellere Videos erstellen kannst. Das Ganze nach dem Intro. Wie du siehst, sind wir gerade am Premiere Pro und ich habe schon hier 5 einzelne Sequenzen erstellt. Und wir fangen jetzt direkt mit Trick Nummer 1 an. Ich mache jetzt einen Doppelklick hier rein. Und zwar sehe ich das bei vielen, dass die einfach eine Textdatei erstellen in Premiere Pro und das 1 zu 1 einfach abspielen. Ich persönlich sehe hier überhaupt gar keinen Kontrast zwischen meinem Background Video und meiner Schrift. Das lässt sich ganz leicht machen, indem wir hier einmal auf unsere Videodatei anklicken und unter Effekteeinstellungen, falls du das hier nicht siehst, unter Fenster, Effekteeinstellungen. Mit der Deckkraft gehen wir auf 75%. Und schon sehe ich sofort mit meinem Auge, dass da ein Kontrast zwischen Background und der Schrift ist. Das Ganze können wir auch auf 50% runtersetzen. Und dennoch sehen wir das Video. Aber die Schrift ist jetzt viel deutlicher zu erkennen. Du kannst aber auch, wenn du das Ganze hier nicht dunkel haben möchtest, kannst du hier wieder auf 100% gehen. Diesmal gehst du unter Effekte und schreibst hier Gauss-Share-Weichzeichner, den per Drag & Drop hier auf deiner Videoebene. Erstmal tut sich hier nichts, weil der Wert hier noch auf 0 steht. Sobald wir den hier auf 30 stellen, haben wir hier, wie du siehst, einen unscharfen Hintergrund. Aber mir gefällt das mit dieser schwarzen Kante nicht. Deshalb klicke ich hier auf Kantenpixel wiederholen. Schon kann ich die Schrift mit dem Hintergrundvideo trennen. Des Weiteren können wir einmal hier auf die Textebene klicken. Und danach unter Fenster, Essential Graphics. Der öffnet sich hier auf der rechten Seite. Und schon, wenn ich einmal hier auf meine Ebene klicke, kann ich hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Das heißt, ich kann das einmal hier exakt in der Mitte ausrichten. Ich kann hier einen Schatten hinzufügen. Den mache ich aber auf 100%. Und den mache ich aber auch in schwarz. Kann den etwas größer machen, indem ich hier die Werte ändere. Und schon habe ich einen viel besseren Überblick über die Schrift als vom Video. Ich lasse das mal abspielen. Für mich persönlich ist das viel einfacher zu lesen. Das war Trick Nummer 1. Trick Nummer 2 ist eine coole Kamera-Animation. Oder vielleicht ist das gar keine Kamera-Animation. Das ist ein ganz normales Bild gewesen. Einfach nur ein Bild zu posten und das abzuspielen, ist langweilig. Das hier ist langweilig. Und das hier ist sehr cool. Und wie machen wir das Ganze? Und zwar zoome ich etwas hier rein. Mit meinen Positionen fahre ich nach oben. Setze bei dem hier, bei den beiden hier ein Keyframe beziehungsweise ich aktiviere hier die Stoppuhr und kann schon etwas mehr rein zoomen und nach unten pennen. So. Ich lasse das Ganze jetzt abspielen. Das ist etwas zu schnell, aber gar kein Problem. Und jetzt. Und schon haben wir eine coole Animation erstellt, nur aus einem einzigen Foto. Wechseln wir jetzt zu Trick Nummer 3. Trick Nummer 3 gefällt mir persönlich sehr. Ich lasse das Ganze einmal abspielen. Super. Und zwar, wie du siehst, haben wir erstmal eine Videodatei, eine Ebene im Hintergrund. Die wird ganz leicht unscharf. Das siehst du da dran. Und gleichzeitig poppen hier drei Videos auf. Auch das ist ganz einfach zu machen. Ich habe hier meine Datei. Die bleibt hier unten. Unter Effekte und Vorgaben habe ich hier wieder gaussischer Weichzeichner. Per Drag und Drop hier drauf. Und das gleiche nochmal. Wir animieren das hier. Setzen hier ein Keyframe, aktivieren die Stoppuhr, den auf zum Anfang und geben hier dann den Wert 40 ein. Und wichtig hier, Kantenpixel wiederholen, denn im Premiere Pro erstellt er uns hier eine scharfe Kante. Super. Wir schauen uns das jetzt an. Hat funktioniert. Jetzt habe ich hier meine Videoebene. Diese skaliere ich ganz runter. Auf dem Wert 12 müsste es sein. mit bewegen. Einmal hier drauf drücken, kann ich das verschieben. So, ich fahre mit dem hier ganz nach vorne, mit der blauen Linie. Einmal hier auf Stoppu aktivieren. Den hier, diesen Diamanten quasi, diesen Keyframe nach vorne und hier auf 0. Das heißt, das ist aber eine langweilige Animation. Das heißt, das Ganze sieht so aus und es ist langweilig. Dazu markieren wir die beiden Keyframes, machen einen Rechtsklick und sagen Bezier. Danach klicken wir auf den kleinen hier Pfeil hier und wir können hier erweiterte Keyframe-Einstellungen vornehmen. Du siehst hier, ich versuche noch weiter rein zu zoomen. Diesen kleinen Punkt hier, den nach oben. Ich lasse das mal abspielen. Das Ganze können wir natürlich schneller machen, indem ich hier meinen Keyframe nach vorne ziehe. Hoppala. Das wollten wir haben, auf jeden Fall. So, das haben wir jetzt. Jetzt nehmen wir unsere zweite Datei, kopieren, hier einfach nur skalieren, copy, also STRG und C und einmal hier draufdrücken, STRG und V. Die beiden markieren ganz nach vorne und können das Ganze einmal abspielen. Super, das funktioniert doch sehr gut. Und jetzt zuletzt die dritte Videodatei, STRG und V Paste. Einmal abspielen lassen. Und der kam ganz leicht verspätet. Das liegt daran, dass die beiden Keyframes nicht am Anfang sind. Und jetzt lassen wir es nochmal abspielen. und schon haben wir eine sehr coole Animation erstellt. Das war Trick Nummer 3. Trick Nummer 4 sieht so aus. Das heißt, wir haben hier eine Kamerafahrt und die wird ganz schnell beschleunigt. Wieder auf langsam und wieder ganz schnell beschleunigt in die zweite Ebene rein und das Ganze nennt sich Speed Ramping. Das heißt, ich habe hier zwei Videodateien. Einmal in ganz Slow Motion aufgenommen. Überhaupt kein Speed Ramping drin. Und dann halt unsere zweite Aufnahme und auch hier in Slow Motion. Wir sind in der dritten Sekunde. Drücken auf die C-Taste. Das ist quasi hier unser Eraser. Ganz kurz zur Erklärung, das ist unser Auswahlwerkzeug, wo wir hier verschieben können und hier unsere Rasierklinge, wo wir schneiden können. Das heißt, V, C, V, C, V, C. Okay. Wir machen hier einen Cut, klicken auf die V-Taste, Rechtsklick, Geschwindigkeit, setzen den auf 600. So. Dann haben wir hier ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Machen hier wieder einen Cut, indem wir auf die C-Taste drücken, wieder auf die V-Taste, Rechtsklick, Geschwindigkeit auf 100. Laufen, laufen, laufen. Dann wieder hier auf C, V, Rechtsklick, Geschwindigkeit 600. Das Ganze machen wir bei dem hier auch. Das heißt, der fängt direkt mit 600 an. Rechtsklick, Geschwindigkeit 600. Und hier machen wir wieder auf die C-Taste quasi und an die V-Taste Rechtsklick, Geschwindigkeit 100. So, jetzt haben wir quasi ein Speed Ramping erstellt und das Ganze sieht so aus. Das war Trick Nummer 4. Kommen wir jetzt zu Trick Nummer 5, zu meinem Lieblingstrick und zwar ist das Lumetri Farben. Das heißt, ich klicke einmal hier auf meine Ebene. Hier sind keine Effekte, wie du siehst. Ich drücke hier, also klicke hier einmal auf Farbe und schon öffnet quasi im Premiere Pro mein Lumetri Farbe Panel, mein Fenster und ich kann hier unter Kreativ fertige Vorlagen benutzen. Das heißt, das sind fertige Lutz von Premiere Pro und schon kannst du den Unterschied sehen zwischen SL Cross HDR und deinem Videomaterial. Das waren jetzt quasi nur zwei Klicks, also einmal hier drauf und einmal beispielsweise SL Cross HDR und schon hast du einen viel besseren Look, mehr Farbe drinne, mehr Kontrast als im Rohmaterial. Du kannst hier die Intensität einstellen, aber 100% sind schon sehr gut. Du kannst hier nochmal das Ganze anpassen, unter Kurven kannst du auch so eine S-Kurve erstellen, um das Ganze so einen Cinematic Look zu geben. Du kannst wieder zuklappen, unter Vignette kannst du eine ganz leichte Vignette hinzufügen und ich lasse das Ganze einmal abspielen. Das heißt einmal vorher, einmal nachher, vorher, nachher. Das sieht doch viel besser aus. Genau, nochmal hier, vorher und nachher. Ja, das war es auch schon mit den fünf Tricks im Premiere Pro. Das waren sehr einfache Tricks, aber dennoch sind das sehr gute und hilfreiche Tipps, finde ich. Wenn du es auch so siehst, dann würde ich mich über einen Kommentar sehr freuen. Ja, dann bedanke ich mich, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast und falls du Fragen hast, schreib es ruhig in den Kommentaren. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, es ist völlig kostenlos. Dann schalten wir wieder ein, wenn es heißt MediaBox Tutorials. Ciao.